Ja, das sollten wir hinkriegen. Also, wir haben jetzt Milizen. Gucken wir mal. Oh, wir dürfen... Ach nö, das sind neue Infos. Also, die haben sich schon resettet. Bär, Grizzly, Bär, Wolf, junger Wolf. Wilde Wölfe, die Bauern erschrecken. Keine Ahnung, warum zweimal jetzt Wolf hier drin steht. Bär, eine Butterung für jeden einsamen Reisenden. Er ist auch ziemlich stark. Die größte und gefährlichste Bärenrasse ist der Grizzlybär, ja. Und ja, Einheiten. Abgehärtete Männer, die die Verteidigung des Landes auf sich nehmen. Ihr größter Nachteil ist ihr Mangel an Erfahrung. Also, sie sind ein bisschen schlechter als Schwertkämpfer. Absolventen der Magierschule, Kampfmagier. Die, die harte Kriegsschule abgeschlossen haben, sorgen in den Schlachten für Tod und Verwüstung. Sie beherrschen die mächtigsten Zauber der roten Magie. Ja, also brennender Boden, flammende Fesseln, Berserker. Und Orks. Nur die größten und härteten Orks werden zum Berserkern. Sie verschwinden Rüstungen, aber dadurch, dass sie einen Zustand göttlicher Wut erreichen, spüren sie die beigefügten Wunden nicht. Ja, also sie haben ziemlich viel Widerstand. Zauber hat sich nicht viel geändert. Schicksalsring. Für siehste, dieses Rings greift mit zusätzlicher Gewalt und Geschwindigkeit an. Plus 50 Angriff und plus 4 Geschwindigkeit. Ja. Und keine Legenden für uns. Coming! So, dann gehen wir jetzt mal in Richtung der Orks. Coming! Die hier gerade den Berg runter von unserem Magierturm sind. Und ja, mit den Bären, da möchte ich mich erstmal noch nicht anlegen. Gucken wir mal, was haben die Orks gesagt. Die Peons war supposed to bring a bag of gold from my brother, the Fierce Clan Chief. But what did they do? They went to the nearest inn and spent all the money! Arr! We haven't done anything wrong, believe what, sir. Brigants attacked us and stole the money. Shut up, you pack of liars! You don't fool, old Buzzhug. The Peons owe me 250 in gold. If you pay their debt, they are free to go. Where on earth will I get this sum? It's none of my business. But if you look around, there are plenty of old crypts and liars out there, brimming with treasure. Find enough gold and let those rascals go! Are you going to pay them? Okay. Aufträge. Ist sogar ein Hauptauftrag. Fadelt mit den lauten Orks. Redet mit den Orks, die die Gäste der Schenke belästigen. Ja, haben wir eigentlich gemacht? Zerstört die Wolfsgrube. Die Wölfe sind eine Gefahr für die Bauern. Sie töten das Vieh und Jaulen des Nachts, was alle kleinen Goblins verängstigt. Okay. Besorgt 250 Gold für den Ogre. Zahlt Buzzhug 250 Goldstücke, um die Ogre-Leib-eigenen freizukaufen. Coming! Damit die hier nicht mehr rumhämmern, ja. As you wish! Also wir gehen jetzt in die andere Richtung. Oder? Ach ne, hier ist Sackgasse. Merke ich gerade, hier ist Sackgasse. Coming! Und ja, wir können mal ein Save machen hier an der Stelle. Aha! As you wish! All right! Und ja, die Wolfshöhle ist die Höhle da oben. All right! Also laufen wir erstmal an den Bären vorbei. Äh, das ist keine Wolfs... Die ist da drüben. Okay. Aha! Hm. As you wish! All right! Coming! Und da haben wir einen Mann verloren. Nein, das will ich eigentlich nicht. Coming! As you wish! Aha! Coming! That'll be a scuffle! That'll be a scuffle! Aha! So... Coming! Das kann ich natürlich auch benutzen. Coming! 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 As you wish! Aha! As you wish! Aha! Also ja, der erste Level-Up kostet 250. Aha! Und ja, wir sind schon nah an der Stadt dran. Coming! So. Aha! That'll be a scuffle! That'll be a scuffle! Let's show them! My troops are under attack! We are under attack! We are under attack! We are under attack! We are under attack! Warwick braucht zum Wachsen eure Hilfe! We are under attack! We are under attack! Now I will first start the Wölfe here. All right! The wolves won't bother the peasants any longer. What I need now are more challenging tasks. Perhaps I should visit the Goblins town and offer my services to the elder. Jetzt brauche ich Anspruchsfahrer-Aufgaben. Vielleicht sollte ich die Stadt der Goblins aufsuchen und dem Ältesten meine Dienste anbieten. Coming! Coming! As you wish! Okay, da haben wir schon mal 50... As you wish! Nahrung. Und ja, das hier sieht aus wie eine Schlachterei, wo man Nahrung herkriegt. Coming! Aha! Coming! Ja, ich sammle erst mal hier die Ressourcen in der Umgebung ein. Aha! Coming! Aha! Coming! Aha! So. Langweg braucht 200 Steine, um zu... braucht 200 von Steinen, um zu wachsen. Sicher die Straße zum Friedhof. A fierce bear is frightening our kind on the road to the cemetery. I've never seen a more cunning beast. Whenever our fighters go to kill it, it hides in its lair. When our poor peasants walk by, it lunges at them and tears them to pieces. Okay. Okay. Das sollten wir da oben hinkriegen. Das will ich aber erst einmal, weil die Gold haben. Also ja, jetzt sieht man auch endlich mal... Ressourcen und so. Und die brauchen zum Wachsen 200 Steine. Also, dass sie auf Stufe 2 kommen. Das heißt, das ist nicht mehr so wie im ersten Teil, dass sie einfach Ressourcen beischaffen und dann irgendwann die Stufe aufsteigen. Nein, ich muss ihnen helfen zum Aufsteigen. Ich kann aber ihnen mein Fleisch zum Beispiel mal verkaufen und das Holz. Und kann auch das hier hinten einsacken. Also ja, die tragen jetzt Holz bei. Und das Holz wird halt ihrem Vorrat gut geschrieben und nicht ihrer... Für ihre Stadt. Denke ich jedenfalls mal, außer... Ja, Pik hier bittet auch um Hilfe. Ich fliege einfach mal hin. Weil das ist die einzige andere Stadt hier. Hier ist ein Magier, mit dem ich reden könnte. Ja, dieses Elementar hat... Diese Elementare haben gerade keinen Sinn, danach mich anzugreifen. So. Und ja, der hier hat nur Ressourcen. Äh, nur Artefakte. Und jede Menge Stadtgold. Und man sieht auch, was man in den Stadtstufen erwerben kann. Das finde ich auch nicht schlecht. Zündet die Leuchtfeuer in der Nähe von Granvik an. Sprengt die Steine, die in dem Fluss blockieren. Monsterhüte vernichten. Und Pik hier braucht Chaosring. Mm-hmm. Our clever kinsmen have invented a new way of sending messages to the miners' village using beacons. But the Great Cressets have lost their light. The trouble is, we ran out of fuel. It's such a nuisance going back and forth in caravans. If you find fuel and relight the beacons, we'll be forever in your debt. Our gold mines are all we have. A terrible thing happened to them. The rock collapsed and the gold-bearing river disappeared underground. Please clear away the stones that block the water. We will pay you generously. Take this gunpowder barrel. It'll blow up the stones. Be careful. These lands are full of phantom warriors who attack anyone they see. Looks like you're beginning to feel at home. You've made a good reputation for yourself. Keep up the good work, young mage. I need your counsel, master. Ask, and it will be answered. Seek, and ye shall find, I always say. The goblins have run out of fuel for their beacons. How can I relight them? You must be talking about the Great Cressets. The source of the light for these goblin beacons is spiritual energy. One who can summon spirits will be able to relight them. Perhaps I should experiment with the spells I've learned at the university. As you wish. So. Jetzt verkaufen wir noch den Überschuss, den wir gerade haben. Man sieht, Steine werden jetzt hier gelagert. Well. An Nahrung. Wir müssten jetzt hier in der Schenkel genug haben, um einen Truppjäger anzuheuern. Yes. Come on, folks. Agreed. Agreed. Und damit können wir jetzt dann den Bären ausschalten. Also, ja, Jäger. Bauen, die ihr in der Heimat verlassen haben, um dem Imperium zu dienen. Ich finde es lustig, das hat jetzt gerade die Magier überschrieben. Ja, und hier ist auch irgendwas kaputt. Ha! In a minute! Das wird sich aber wahrscheinlich mit der Zeit geben. Aha! So, mit den Truppen können wir den Bären auseinandernehmen. Aha! Leuchtfeuer, wilder Bär. Agreed. Monsterhöhle vernichten, Leuchtfeuer, verstopfte Quelle. Chaosring aufs Wolfslager, ja. In a minute! Und ja, die Stadt ist jetzt gewachsen. Also ja, die Ressourcen, die wir so bringen, die werden dann auch verbraucht. Also auch die Ressourcen, die wir so bringen. Aber man sieht halt nicht, äh, ja, auf welches Level, also wie viele Ressourcen gebraucht werden zum Aufsteigen. Die bringen einfach munter Steine, hm? Gut, ich würde aber sagen, wir speichern mal an dieser Stelle. Das ist einfach jetzt, let's play. Okay, also wir brauchen auch nur einen Spielstand eigentlich. Speichern. Und dann machen wir jetzt hier an dieser Stelle einen Cut. Also, ich hoffe, ihr seht mir weiter zu. Dann bis gleich.